Der Aiwanger kann auf keinen Fall Wirtschaftsminister mehr werden, weil kein Wirtschaftsboss eines international tätigen Unternehmens wird sich mit diesem Mann zeigen. Man kriegt einen unbedeutenden Ministerposten, Söder bleibt Ministerpräsident. Der wird Fraktionsvorsitzender oder irgend sowas, kommt gar nicht mehr ins Kabinett. Die beiden Bücher aus Bayern. Frau Röhl, ich bin schon fähig ein Telefonat zu führen und ich habe schon ein bisschen mit München telefoniert. Politiker werden nie von außen gekillt, sie werden immer von innen gekillt. Und nachdem er eine One-Man-Show aus den Freien Wählern gemacht hat in Bayern, hat er nicht nur Freunde um sich geschart. Also es gibt auch einige in dieser Partei, die sie ja ist, die sagen, jetzt gibt es für den Hubsi mal richtig auf den Deckel.